Heute ist der Tag, wo das Münchner Oktoberfest beginnt. Aus guten Gründen ist es dieses Jahr abgesagt und wir wollen einfach eine Grußbotschaft vom Oktoberfest sozusagen von München in die Welt hinausschicken, um allen, die große Wissen-Fans sind, heute zu zeigen, wir sind da. Unser Herz schlägt für das Münchner Oktoberfest, für das Münchner Bier. München soll zeigen, dass eine Lebensfreude da ist, dass ein Lebensgefühl Wiesen auch ein bisschen weiterlebt, vor allem jetzt auch mit der Wirtshauswiesen, die wir initiiert haben und dass wir uns das nicht nehmen lassen, sondern dass nach wie vor die 16 Tage in dieser Stadt was Besonderes sind und ich hoffe auch, dass die Gäste von Münchner da mitmachen und auch in Tracht kommen und zeigen, wir sind trotzdem fröhlich. Für uns allen ist ja eine große Trauer entstanden, dass jetzt die Wiesen nicht stattfindet und was wäre da naheliegender als ein schwarzes Dirndl? Das Trauer-Dirndl, wenn man so möchte. Aber wir wollten natürlich trotzdem was Schönes schaffen und dann kam die Idee natürlich ein schwarzes Dirndl zu kreieren. Die beiden Stücke werden an das Stadtmuseum übergeben. Vom heutigen Tag soll das Signal ausgehen, wir denken an die Wiesen, wir feiern sie heute in ganz kleinem Kreis mit Abstand, wir zapfen trotzdem an, denken an unsere Wirtshäuser und Gaststätten und freuen uns auf ein gesundes und sicheres Jahr 2021. Musik 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 Musik